Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute ein tolles Einfamilienhaus in traumhafter Endlage. Endlich mal ein Haus mit viel Platz. Diese 1994 erbaute Immobilie ist wirklich etwas Besonderes. Hervorstechend ist sicherlich die Endlage im Ort, unmittelbar angrenzend zu Wiese und Wald. Aus dem großzügigen Wohnzimmerfenster mit elektrischer Markise schaut man direkt in die Natur. Das Wohn- und Esszimmer ist mit Eichenparkett belegt. Das Architektenhaus ist von individuellem geräumigen Zuschnitt. An den Giebelseiten sind Loggien ausgebildet, so dass man aus Bädern oder Zimmern auch ins Freie treten kann. Ein besonderes Wohngefühl. Technisch ist die vollunterkellerte Immobilie in sehr ordentlichem Zustand. Erst 2021 ist die moderne Heizungsanlage der Firma Wiesmann eingebaut worden. Ein Kamin ist überdies möglich einzubauen. Die Geschosse werden über eine geschmackvolle Treppe mit Eichenholzauflagen verbunden. Die Gästegalerie ist eine Besonderheit im ausgebauten Dachgeschoss, welches auch mit separatem Duschbad ausgestattet ist. Ein Doppelcarport befindet sich unmittelbar am imposanten Gebäude. Weiterhin gibt es ein Gewächshaus. Das Grundstück ist klar strukturiert und mit Bäumen und Büschen bepflanzt. Zur Grundstücksbewässerung ist praktischerweise ein Brunnen mit Pumpe angelegt, damit das große Grundstück keine hohen Wasserkosten verursacht. Im Rahmen einer gemeinsamen Besichtigung stellen wir Ihnen diese attraktive Immobilie gern näher vor und bieten Ihnen im Vorfeld die Möglichkeit der virtuellen Besichtigung des Hauses. Sollten Sie eine eigene Immobilie verkaufen wollen, helfen wir Ihnen gern bei der Einwertung und Vermarktung zu einem attraktiven Kaufpreis. Das Angebot zur Immobilie sowie weitere interessante Links finden Sie in der Videobeschreibung. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, denn hier präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Sie haben es schon mal einladen. Sie haben es schon mal gehört. исл